1847 lernt Brüder Senn den Volksdichter Jakob Stutz persönlich kennen. Er ist ihnen in erster Linie als Autor der «Gemälde aus dem Volksleben» ein Begriff, mit denen er in den 1830er Jahren bekannt worden ist. Jakob Stutz hat sich 1841 in der Nachbargemeinde Sternenberg niedergelassen. Er sucht dort die Einsamkeit, nachdem er zweimal gerichtlich verurteilt worden ist. Beidemal wegen sexueller Übergriff an Zögling in der Zeit, in der er als Lehrer in der Taubstumme anstallte in Zürich und im appezellischen Schwellbrunn gewirkt hat. Er will büssen und lässt sich 1842 auf der Matte die Klausen Jakobszelle errichten. Doch der Wunsch nach Zurückzogenheit lässt sich nicht verwirklichen. Jakob Stutz ist so berühmt, dass er an gewissen Wochenenden massenhaft Besuch bekommt. Dann macht er mit gemeinnützigen Bestrebungen von sich reden und nachdessen scharrt er einen Poetenkreis um sich. Der Sternenberger Bauernsohn Johann Ulrich Führer gehört dazu. Er ist in unmittelbarer Nachbarschaft zur Jakobszelle in diesem Hof auf der Matte zu Hause. Von ihm ist kein Bildnis, aber ein Tagebuch aus dem Jahr 1848 überliefert. Nach den Brüdern Sen stösst 1851 auch noch der Bauernsohn Jakob Messikommer von Wetziken dazu. Er wird sich später einen Namen als Pfahlbauforscher machen. Für sein Wirken bei den Ausgrabungen im Ried von Oberhausen wird 1893 der Doktorwirt von der Universität Zürich verliehen. Der Jakob Stutz regt die vier Jüngling zur schriftstellerischen Produktion an. In ihrer Monatsschrift »Ernste und heitere Bilder aus dem Leben unseres Volkes« bietet er ihnen eine Plattform zur Publikation. Die Bekanntschaft mit ihm, die sogleich einer Freundschaft gleich sah, griff wie die kundige Hand eines lebendigen Beraters in das Wirrsaal meiner Bestrebungen und Hoffnungen. Von ihr erwartete ich zuversichtlich alle die Anregung und Förderung eines lebendigen Beraters, die ich seit jeher und täglich mehr vermisst hatte.« Jakob Sen lässt seine Anfänge als christlichen Lieddichter hinter sich und beginnt, selbst erlebtes in Prosa zu verarbeiten. Heinrich Sen beginnt 1850 mit der Führung eines Tagesbuches an. Es wächst bis 1885 auf zehn Bänden an. Heute stellt es ein bedeutendes Zeitdokument und eine unerschöpfliche historische Quelle dar. Der Bruder Sen bleibt die schöpferischen und charakterlichen Schwächen Jakob Stutz nicht lange verborgen. Sie waren eine kritische Distanz zu ihm. Und so fallen sie auch nicht aus allen Wolken, wo Jakob Stutz kurz nach seiner Autobiografie »7x7 Jahre aus meinem Leben« im April 1856 verhaftet und vor Gericht gestellt wird, weil Mitglieder der Sternenberger Jugendgesellschaft innen wegen sexuellen Übergriffen angeklagt haben. Jakob Stutz wird zu einer kräftigen Buss und zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Davon wird ein Jahr mit dreijähriger Kantonsverweisung abgegolten. Seine Jakobszelle verweist und bietet nur noch einen traurigen Anblick. Noch vor diesen Ereignissen um Jakob Stutz hat Jakob Sen sein Leben eine entscheidende Wendung genommen. Dank der Förderung von Jakob Stutz ist er in den 1850er Jahren in der Öffentlichkeit als Dichter und Autor wahrgenommen worden. Mehr denn je hat er sich jetzt gewünscht, endlich von der strengen landwirtschaftlichen Arbeit und der Heimweberei erlöst zu werden. Er ist fast allen fortschrittlichen Vereinen beigetreten, die im Geist vom 1848 gegründeten Schweizer Bundesstaat auch das Fischental wie Bild aus dem Boden geschossen sind. Und dann werden seine unermüdlichen Bestrebungen, sich autodidaktisch weiterzubilden, endlich belohnt. Der Fischentaler Pfarrer Johann Heinrich Müller vermittelt ihm Ende 1855 eine Stelle als Buchhandelsgehilfe in Zürich. Und zwar bei niemand geringerem als einem seit Jahren geschätzten Antiquar Siegfried. Im Januar 1856 kehrt der 31-Jährige Jakob Sen seiner Heimatgemeinde den Rücken und zieht hoffnungsfroh in die Kantonshauptstadt. Was für ein anderes Leben erwartet ihn dort? Was für ein anderes Leben erwartet ihn dort ist und tun tausend den Rücken. Vielen Dank.